Okay meine lieben, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt kann es weitergehen. Wir schauen mal. Also, ich habe mich jetzt ein bisschen umgeguckt. Ich bin so blöd. Ich bin so dämlich eigentlich. Es gibt einen Weg, der hier unten weiterführt. Den habe ich mir bisher nicht genauer angeguckt, weil ich einfach dämlich bin. Wir hauen dich erstmal weg. Dann hauen wir den weg, der da hinten kommt. Genau dich. Sehr schön. Und anschließend hauen wir noch den da drüben weg, weil ich nicht weiß, ob er aufsteht, wenn ich jetzt gerade hier rübergehe. Stirb einfach. So, nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Und zwar hier vorne, gleich rechts. Ich habe den Weg einfach nicht gesehen. Ich weiß nicht wieso. Ich war vielleicht blind. Vielleicht war ich auch einfach nur blöd. Die Tür ist verschlossen. Da können wir nicht weiter. Aber durch die Nebelwand können wir definitiv. Und von dir werde ich mich nicht überraschen lassen. Auf geht's! Hat lang genug gedauert. So, jetzt sind wir wieder hier, aber diesmal auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Nämlich da, wo wir eigentlich hin sollten, wollten. Wie auch immer. Hier schießen welche. Und hier sind wir oben auf. Mit einem Hammerfritzen. Öh, nicht gut. Gar nicht gut. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um die da unten. Kommen wir auch wieder zurück? Ja, kommen wir. So, ich will zu euch. Ich bin da. Guten Tag. Das war Nummer 1. Dann sollten wir was trinken. Weil ich keinesfalls sterben möchte. Zwei, drei, vier. Wow. Der hat lange gebraucht. Und dann geht's hier runter. Da geht's wieder zurück. Dann sind wir wieder zu Hause. Ich will aber noch nicht nach Hause. Ich will erstmal weitermachen. Heißt hier runterfallen. Dann da rein. Eine Fackel. Na, das ist doch nett. Können wir auch gebrauchen. Wir wollten ja mit den Fackeln schon immer mal was anzünden, nicht? So, aber hier geht's nicht weiter. Da vorne ist noch Loot. Versuchen wir so viel wie möglich mitzunehmen. Oh, wenn wir hier runterfallen, dann fallen wir runter. Dann ist nichts mehr schön. Also können wir nur hier lang. Nun gut. Gucken wir uns hier auch noch einmal um. Du bist ja auch da. Hallo. Stirb einfach eines qualvollen Todes. Da vorne will ich auch noch hin. Da ist auch Loot. Ah, so viel zu entdecken. So viel zu tun. Wahnsinn. Aua. Wer hat hier geschossen? Wer war das? Lebensteine schon mal rausholen. Man kann die wissen. Vielleicht sterben wir gleich. Da vorne muss ich hin. Das geht am besten. Wie genau? Da können wir rüberspringen. Da steht auch noch einer. Sehr schöner Sprung. Na. Klappt doch. Wer sagt's denn? Wow. Was war das? Ah. Manchmal fühle ich mich schon wie Marge Simpson. Wahnsinn. Goodie. Gleich noch einmal. Aber hey, wir sind trotzdem gut. Auch wenn wir schon ein paar Mal gestorben sind, kaum noch Leben haben. Aber ich möchte die Menschenbildnisse auf jeden Fall so lange behalten, bis wir weiterkommen. Und dann erst einlösen, um die TP wieder zu regenerieren. Das werde ich nur machen, wenn wir gegen Bosse kämpfen. Sonst hat das kaum Sinn. So, du kommst auch gleich weg. Danke. Mittlerweile ist die Nebelwand ja weg. Und wir können uns hier ganz in Ruhe umgucken. Ah ja, ich komm ja schon. Bin auf dem Weg. Das war fies. Das war sehr fies. Verdammt. Verschwindet. Nein. Aua. Ihr seid doch alle nicht ganz dicht, ey. Nein. Daneben gehauen. Wie kann man denn nur... Lief super, lief ausgezeichnet. Jetzt bin ich bloß wieder irgendwo, wo ich gar nicht hinwollte. So ein verdammter Dreck. Muss ich wieder den ganzen Weg zurück. Das ist doch zum... Ei. Heulen. Kannst du lange schießen, Freundchen. Nein. Stirb einfach. Guti. So, wo ist mein Lebenshaufen? Der ist da hinten irgendwo. Da laufe ich jetzt hin. Sind ja nicht mehr allzu viele da. Du vielleicht noch. Und dann sind wir hier rüber gelaufen. Genau. Hier ist keiner. Kommt hier kein Stein mehr. Dann bin ich ja glücklich. Ein Menschenbild. Wie schön. Aber wo kam der Stein her? Au. Ich kann mit dir sprechen. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was... It was... Das freut mich. I came to this land some time ago. I came to this land some time ago. Drang Link, the lost kingdom. It sounded so romantisch. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Na ja, egal ob Hausbesetzer oder nicht. Hauptsache, du bist da, zu Hause. Und wir können dich dort wiederfinden. Das ist immer schon ganz schön. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of dream. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Ja, so langsam verlieren alle hier ihren Verstand und vor allem ihren Willen, beziehungsweise das Wissen, das sie haben, warum sie überhaupt hierher gekommen sind. Wir wissen selber nicht mehr, warum wir hergekommen sind. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shaken on you. You should have told me before. Here, take this. Juhu. Ja, wir haben den Schlüssel gefunden für die Villa. Incredible, really, isn't it? Oh, aber eine Sache. Ich würde nicht tief in die mansion gehen. Ich kann nicht sicher sein, aber ich habe gestrückte Ruhe. Something über das fühlt sich falsch. Seid einfach vorsichtig. Ich versuche mein Bestes. Erstes Flakon. Ja, war klar. Hör auf damit. Idiot. Gelbes Kraut. Dafür habe ich das getan. Also ziemlich traurig. Und ein Lebenstein. Dafür lohnt es sich schon mehr. Gut, da hinten waren wir. Wir springen jetzt einfach mal rüber. Heißt B gedrückt halten und... Leider nicht geschafft. Ja. Machen wir es anders. Aber ich muss dann nochmal hin. Ich will meinen Seelenhaufen zurückhaben. Immerhin sind das sehr, sehr viele Seelen. Die alle sehr, sehr viel wert sind. Zumindest einen Levelanstieg werden sie uns verschaffen. Wenn nicht sogar bei zwei. Denn wir töten ja noch den einen oder anderen hier. Oder eher uns. Sehr schön. So, hier liegt auch noch einer rum. Perfekt. Und einer war hier vorne noch. Ah, wir sind nicht so verkehrt. Wir machen das relativ gut. Und die beunruhigenden Geräusche. Da sollte man unbedingt drauf hören. Dass das nicht so gut ist, dort hinzugehen. Lass das sein. Trinken. Oh, trinken. Oh, meine Fresse. So, ist schön. Juppie. Okay, klappt doch. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Wir werden nochmal nach oben gehen. Unsere Seelen holen. Komm ruhig her. Dankeschön. Bist du überhaupt noch da? Ja, du bist noch da. Du kartografierst noch weiter. Mach das. Mach das. Aua. Okay. Seelen holen und abhauen. 2.300, fast 2.400 Seelen. Das ist schon ganz gut. Jetzt gucke ich nochmal von hier aus, ob wir hier irgendwie runter können. Nein, dann fallen wir bloß ins Wasser. Aber ich wollte ja noch auf die andere Seite. Da vorne hin. Ich glaube, da kommen wir nur hinten rum. Das heißt, wir benutzen jetzt einen Heimkehrknochen. Nein, tun wir nicht. Hier gibt es noch eine Leiter. Da waren wir auch noch nicht oben. Mal sehen, auf wen oder was wir hier treffen. Auf jeden Fall schon mal auf dich. Wir kommen nicht wieder zurück. Das ist aber auch nicht schlimm. Ein wunderbarer Treffer. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Da hinten ist auch noch was. Da können wir auch noch hin. Hier können wir runter, aber mehr ist hier nicht. Was steht hier? Illusion voraus. Nein, ist sie nicht. Lügner voraus. Was ist da? Nee, da eigentlich, ne? Aber ich sehe hier niemanden. Und hier kann man auch nicht lang. Man kommt nur da wieder zurück. Ich wusste, dass da ein Pfeil geflogen kommt. Nee, wir hauen ab. Wir hauen ab. Einmal noch gucken. Wie kommt man da hin? Wahrscheinlich nur, indem man da drüben irgendwie runterfällt und dann rüberläuft. Riskiere ich es? Ja, ich riskiere das. Wir sind gut genug. Wir können das schaffen. Okay, du bist der nächste Freundchen. Gut gemacht. So, und jetzt irgendwie da runterkommen. Das heißt, hier runterspringen. Oh, oh. So, nicht, mein Freund. So, und dann da irgendwie runter. Können wir auch hier runter, ne? Ja, sehr schön. Loot. Titanitscherbe. Na, sehr nice. Jetzt müssen wir bloß noch auf die andere Seite kommen. Schatz voraus. Ja, ich weiß, ich weiß. Eine Titanitscherbe jetzt schon am Anfang ist eigentlich ganz nett. Ich bin auch gespannt, wie das Levelsystem der Waffen nachher funktioniert. Ob das wirklich wieder ausgereifter ist als vorher. Jetzt müssen wir bloß zurückfinden. Da geht es nicht weiter. Was steht da? Tod voraus. Ja, das weiß ich. Das sehe ich. Ich bin ja nicht ganz blind, ne? Manchmal, da benehme ich mich zwar so, aber in den meisten Fällen, da weiß ich auch, was ich zu tun habe. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Können hier hoch. Ach so, du bist ja auch noch da. Na, dann komm doch mal her. Komm mal her. Mein Kumpel. Genau so. Danke. Gibt immer wieder Seelen, die wir gut gebrauchen können. Aua. Irgendjemand meint, auf uns schießen zu müssen? Das wird er nicht mehr lange tun. Jetzt werden wir erstmal wieder nach oben gehen, unsere Seelen ausgeben. Und uns freuen über das, was wir bisher erreicht haben. Was nicht sehr viel ist, aber das ist egal. Sehr schön. Einmal rüber nach Majula. Dann gucken wir uns auch mal an, was ich bisher schon gesteigert habe. Ist nicht viel, muss ich dazu sagen. Aber es ist zumindest so viel, dass ich sagen kann, okay, wir werden ein bisschen besser überleben können. Aufsteigen. Ich möchte gerne Konditionen auf jeden Fall steigern. Wir brauchen mehr Ausdauer. Sehr gut. Danke. Wir können noch keinen Estus-Flakon steigern. Haben wir vielleicht noch irgendwelche Seelen im Inventar? Nee, natürlich nicht. Das heißt, mit 900 noch was Seelen bin ich auf jeden Fall noch unterwegs. Okay, dann lass uns wieder zurückreisen. Nun gut, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir es eben so machen. Wald der gefallenen Riesen. Äh, runter. Dann war da noch dieser Weg mit der Schildkröte, den ich eigentlich ungern laufen möchte, aber wir müssen da durch als Lurch, wenn wir ein Frosch werden wollen. Dass ihr nicht schon längst tot seid, wundert mich. Und ich hab keinen Bock, wenn ich jetzt gerade gegen ihn verloren hab, also dass er da zuerst zuhauen konnte, nochmal weiter zu laufen, denn das ist ja schon die Hälfte unseres Lebens, was hier abgezogen wurde. Ja, ich weiß, ich sollte vielleicht mal ein Menschenbild nehmen, aber solange ich nicht gegen irgendeinen Boss kämpfe, werde ich nichts dergleichen tun. Ich weiß ganz genau, dass mir das nichts bringt, weil ich dann sowieso wieder sterbe. wäre schade um die ganzen Menschenbildnisse. Was wollte ich? Achso, ich wollte bloß einmal Hallo sagen. Genau. Runter. Und noch einmal. So, ist gut. Jetzt kann ich ganz beruhigt weitermachen. Mein Leben ist wieder safe. Die Schildkröte. Wo war die Schildkröte? Wo hab ich die gesehen? Ich werd mich gleich nochmal oben umgucken. Muss auch wieder ein bisschen auf Stärke skillen. Ach ja, die war hier ganz oben. Genau. Da ist nichts weiter, da geht's nicht lang. Auch wenn hier irgendwie verschüttete Steine sind. Einen Weg blockieren. Hallo, mein Freund. Kannst du nicht einfach ihn verprügeln? Verdammt. Komm her. Ja.